Der Stadlerhof erzählt, wie es früher war. Es war einmal an einem Sonntag, da machte die kleine Marie mit ihrer Mutter einen Ausflug nach Willering. In der Schule hatte Marie gerade etwas über die Geschichte der Vierkannthöfe in Oberösterreich gelernt und so wollte sie sich so einen Bauernhof einmal genauer anschauen. Schon von Weitem war der riesige Hof gut sichtbar. Ui, ist der aber groß, sagte Marie jetzt und die Mutter nickte. Wie lange gibt es denn diesen Bauernhof schon, fragte sie und die Mutter antwortete. Den Stadlerhof gibt es schon 500 Jahre lang. Dieser Vierkannthof überdauerte die Jahrhunderte und hatte in dieser Zeit auch viele Bewohner. Marie dachte nach. 500 Jahre, das ist aber sehr alt. Wer hat denn diesen Hof gebaut? Der Hof wurde vor langer Zeit von den Vorfahren der heutigen Besitzer vom Stift Willering gekauft und dann immer wieder umgebaut. Heute wird der Stadlerhof bereits in der fünften Generation geführt. In der fünften Generation? Was heißt denn das? Ich erkläre es dir. Errichtet wurde der heutige Stadlerhof Ende des 17. Jahrhunderts und gehörte damals noch zur Herrschaft des Stiftes Willering. Ende des 18. Jahrhunderts kaufte dann Franz Stadler den Hof und begann diesen herzurichten. Sein Sohn Franz Stadler baute den Hof samt Landwirtschaft weiter aus. Dessen Sohn Josef Stadler veränderte den Hof auch wieder. Heute ist der Stadlerhof ein moderner Bauernhof und ein Ort, wo man große Feste feiern kann. Margit Stadler wohnt hier mit ihrer Familie und auch die Kinder Carl Josef und Carla Lilli helfen schon fleißig mit. Gemeinsam bilden sie die vierte und fünfte Generation am Hof. Warum weißt du denn das alles so genau? fragte Marie jetzt. Weil deine Urgroßmutter auf diesem Hof früher einmal gearbeitet hat und mir als Kind immer wieder Geschichten vom Stadlerhof erzählt hat, antwortete die Mutter. Weißt du noch solche Geschichten von damals? fragte Marie. Ja, ein paar Geschichten weiß ich noch, aber wir haben zu Hause ein altes Heft, da hat die Urgroßmutter viel hineingeschrieben von dieser Zeit. Vielleicht finden wir es ja noch. Als Mutter und Tochter von ihrem Ausflug wieder zu Hause angekommen waren, wollte Marie sofort das Heft der Urgroßmutter sehen. Nach langem Suchen wurden sie fündig und Marie freute sich. Doch ihre Freude währte nicht lange, denn die Aufzeichnungen der Vorfahren waren alle inkorrent verfasst. Eine Schrift, die es vor unserer heutigen Schreibschrift gab. Und weder Mutter noch Marie konnten diese Schrift lesen. Vor dem Schlafengehen schaute Marie noch einmal auf das Hände der Mutter und sah sich die Fotos vom großen Vierkanthof an, den sie heute gesehen hatten. Wie gern hätte ich jetzt dazu eine Geschichte von damals gehört, dachte Marie, bevor sie einschlief. Doch wenn man sich etwas ganz fest wünscht, dann kann es auch in Erfüllung gehen. Denn stellt euch vor, in jener Nacht bekam Marie Besuch von einem Pfluftl, von einem fliegenden Pferd, mit dem man durch die Zeit reisen kann und viele Abenteuer erleben kann. Marie hörte plötzlich ein Wiehern vor ihrem Kinderzimmerfenster und wusste nicht, was los war. Sie wohnte doch im siebten Stock eines Hochhauses. Wie sollte es da Pferde geben? Vielleicht auf dem Balkon? Marie blickte zum Fenster hinaus und sah nun ein Haflingerpferd mit einer goldenen Mähne herumfliegen und fröhlich wiehern. Schnell öffnete Marie das Fenster und rief, wer bist denn du? Ich, ich bin ein Pfluftl, wie hörte das Pferd fröhlich. Und was ist ein Pfluftl? fragte Marie. Ein Pfluftl ist ein Pferd, das fliegen kann, meinte es nur. Komm, setz dich auf meinen Rücken, ich mache mit dir eine Zeitreise zum Stadlerhof, das hast du dir doch so fest gewünscht. Marie klatschte vor Freude in die Hände und schwank sich auf das Pfluftl. Und so flog Marie mit dem Pfluftl in jene Zeit, als ihre Urgroßmutter am Stadlerhof noch als Kleindirn arbeitete. Was möchtest du denn wissen von jener Zeit? fragte das Pfluftl, während sie durch die Zeitwolken flogen und Marie antwortete, einfach alles. Na gut, sagte das Pfluftl, dann fangen wir einmal an. Als deine Urgroßmutter am Stadlerhof als Markt gearbeitet hat, war alles noch ganz anders. Es war eine Zeit, in der die meisten Menschen noch auf dem Land lebten und nicht so wie du heute in den großen Städten. Damals bewohnten so einen Vierkanthof wie den Stadlerhof viele Menschen. Die Bauernfamilie mit ihren eigenen Kindern, die Knechte, die Mägde, die oft auch selber wieder Kinder hatten, sowie auch unverheiratete Onkel und Tanten der Bauern, die mit am Hof lebten. Es waren viele Leute und alle mussten versorgt werden. Während das Pfluftl erzählte, waren die beiden in der Zeit gereist und am alten Stadlerhof angekommen. Marie und das Pfluftl waren natürlich unsichtbar und konnten dadurch die Geschehnisse der damaligen Zeit still und heimlich beobachten. Es war noch früh am Morgen und alle waren schon fleißig bei der Arbeit am Hof. Zum Frühstück gab es eine Suppe und das Essen wurde in der guten Stube gemeinsam eingenommen. Beim Suppenessen war es so, dass alle aus einer Schüssel aßen. Jeder hatte seinen eigenen Löffel und erst wenn der Bauer zum Essen anfing, ging es auch für die anderen los. Marie war ganz aufgeregt. Diese Suppe, die jetzt alle Hofbewohner genüsslich löffelten, hatte nämlich ihre Urgroßmutter, die Klara, gekocht. Aber schauen wir weiter, sagte das Pfluftl und so sahen sie sich die Schlafräume der Menschen am damaligen Stadlerhof an. Auch beim Schlafen war man hier nicht alleine. Es gab Kammern, in denen die Leute zu zweit, zu dritt oder zu viert schliefen. Die kleineren Geschwister teilten sich gemeinsam ein Bett. Jetzt fragte Marie, wo sind denn eigentlich die ganzen Traktoren und Maschinen? Und das Pfluftl musste lachen. Die gab es damals noch nicht, Marie. Doch was es am Hof gab, war natürlich ganz viel Arbeit über das Jahr. Marie hörte aufmerksam zu, denn das Pfluftl wusste viel. Da Maschinen wie Traktoren oder Mähdrescher noch nicht erfunden waren und es auch noch keinen elektrischen Strom gab, brauchte es viele Hände, die bei der Arbeit am Hof und auf den Feldern mit anfassten. Alle Arbeiten wurden gemeinsam gemacht. Auch die freie Zeit verbrachten die Leute gemeinsam. Sie hatten es oft lustig. Das war dann eine Gaudi. Zum Erzählen gab es am Bauernhof immer viel und wenn ein Hausierer oder ein Schuster auf der Wanderschaft zum Hof kam, dann war man gespannt, was diese Leute zu erzählen wussten. An den Winterabenden hielt man sich am liebsten in der guten Stube auf, dem einzigen beheizten Raum und im Sommer traf man sich nach getaner Arbeit gerne bei der Hausbank. Das enge Zusammenleben von so vielen Menschen gestaltete sich nicht immer einfach, aber es war wichtig, denn sonst hätte die Hofwirtschaft nicht so gut funktioniert. Wer das Sagen am Hof hatte, war auch ganz klar. Der Bauer und die Bäuerin. Dann kam der oberste Knecht, der Großknecht, den man auch Moorknecht nannte, denn er war der Stellvertreter des Bauern. Ihm waren die anderen Knechte und Mägde unterstellt. Die jüngeren weiblichen Arbeitskräfte wie deine Urgroßmutter Clara nannte man Kleindirn oder Kucheltirn. Diese jungen Mädchen traten mit 14 Jahren ihren Dienst an und mussten machen, was die Großdirn ihnen sagte. Marie beobachtete die Leute weiter beim Essen und fragte, warum sind denn die Kinder am Tisch alle so ruhig? Und das Pfluftl antwortete, die Kinder mussten still sein, wenn die Älteren sprachen, das war die Regel am Bauernhof. Und wenn der Bauer, die Bäuerin, der Großknecht oder die Großdirn gesprochen haben, waren die anderen Dienstboten ruhig. Ach ja, und beim Essen wurde ohnehin nicht geredet, denn es hieß, beim Essen spricht man nicht. Vor dem Essen wurde natürlich gebetet. Den Bauern nannten alle am Hof Vater und die Bäuerin Mutter. Und stell dir vor, die eigenen Eltern redete man damals noch per sie an. Nach dem Suppenessen sah Marie, dass die Kinder am Hof recht fleißig waren und fragte, haben die Kinder damals denn schon arbeiten müssen? Ja, denn Arbeit war immer da am Hof und die Kinder lernten schnell, was zu tun war. Bald schon beteiligten sie sich an der Arbeit und machten es dem Vater und der Mutter nach. Die Kinder erkannten früh, was es am Hof zu tun gab und je älter sie waren, desto mehr wurde ihnen zugetraut. Die Kinder kümmerten sich um die Betreuung der kleineren Geschwister, lernten kochen und waren bei der Stallarbeit mit dabei. Sie erlernten das Mähen mit der Sense, das Holzschneiden mit der Zugsäge und das Füttern und die Pflege der Tiere. Das Pfluftl erzählte Marie auch von der wichtigen Nachbarschaftshilfe. Oft halfen die Leute von verschiedenen Höfen bei der Arbeit zusammen, wenn es notwendig war. Vor allem in der Zeit der Ernte war das wichtig. In den Erntewochen konnte so ein Arbeitstag am Bauernhof schon einmal 13 bis 15 Stunden dauern. Die Arbeit richtete sich nämlich nicht nach der Uhr, sondern nach dem Wetter und dem Auf- und Untergehen der Sonne. Bei so viel Arbeit wird man wohl auch einmal schmutzig, wie haben sich die Leute damals eigentlich gewaschen, fragte Marie. Und das Pfluftl antwortete. Was wir uns heute auch nicht mehr so vorstellen können, sind die Wasch- und Badegewohnheiten von damals. Es gab noch keine Badezimmer und auch keine Zahnbürste. Das Wasser musste vom Brunnen geholt werden und war kalt. Die tägliche Katzenwäsche fand bei Frauen wie bei deiner Uroma Clara mit einer Waschschüssel und einer Wasserkanne in ihrer Kammer statt. Die Männer am Hof wuschen sich meist gleich beim Brunnendrog oder beim Grander, ein mit Wasser gefüllter Steinbottich. Im Winter war das Wasser oft so kalt, dass man erst einmal die Eisschicht aufschlagen musste, bevor man sich waschen konnte. Einmal in der Woche wurde gebadet und zwar am Samstag. Das hatte auch einen guten Grund. Der Samstag war der Putz- und Badetag am Hof und am Samstagnachmittag begann dann auch der Feierabend. Das Badewasser wurde am Ofen erwärmt und in einem Bottich geleert. Nach dem Bad war man sauber und bereit für das Sonntagsgewand, das man nur an Festtagen und wie der Name schon sagt, an Sonntagen trug. Die Leute besaßen nicht viele Kleidungsstücke und die Sonntagskleidung war meist auch das Hochzeitsgewand. Darauf passten die Menschen besonders gut auf und in diesem Gewand wurden viele dann auch beerdigt. Marie staunte und fragte weiter, ja und was hat man dann während der Woche für Kleidung getragen? Unter der Woche zog man das Werktagsgewand an. Die Kleider der Frauen wurden zusätzlich durch eine Schürze geschützt und die Buben trugen immer kurze Hosen, damit das Gewand beim Herumtollen nicht so schnell kaputt ging. Und wenn es kälter wurde, hatten die Jungen dann lange Unterhosen unter den kurzen Hosen an, so das Pfluftl. Marie musste bei der Vorstellung lachen, dass die Buben lange Unterhosen trugen und darüber eine kurze Hose. Aber damals war das so und diese Kleidung machte auch Sinn. Der Sonntag war heilig und galt als fixer Ruhetag. Am Sonntag gingen die Leute vom Hof gemeinsam zu Fuß in die Kirche. Das waren oft weite Wege. Zum Mittag gab es dann Schweinsbraten, Kraut und Knödel. Ein feines Sonntagessen, das du auch heute noch kennst. Oh ja, Schweinsbraten mit Knödel und Kraut, das ist die Lieblingsspeise von meinem Papa, schwärmte Marie. Marie sah jetzt ein paar Kinder, die keine Schuhe trugen und fragte, warum das denn so sei. Natürlich wusste das Pfluftl auch auf diese Frage eine Antwort. Die Kinder liefen im Sommer die meiste Zeit barfuß, außer am Sonntag beim Kirchgang. Die Qualität der Schuhe war früher noch nicht so gut und so war das Barfußlaufen viel angenehmer. Auch in die Schule gingen die Kinder zu Fuß, natürlich barfuß, wenn es die Temperaturen zuließen. Und meistens auch noch gemeinsam mit den Nachbarskindern. Marie staunte, das war wirklich eine andere Zeit damals, denn wenn sie selbst heute ohne Schuhe zur Schule gehen würde, da wäre ordentlich etwas los. Das Pfluftl wollte Marie noch so viel zeigen und so flogen sie hinaus zu den Feldern und Äckern des Bauernhofes und auch hier gab es große Unterschiede zur heutigen Zeit. Die Arbeiten waren früher noch stärker von den Jahreszeiten bestimmt und die erste besonders wichtige Feldarbeit im Jahr war das Ausführen von Mist auf die Felder und Äcker. Es gab auf jedem Bauernhof einen großen Misthaufen, auf dem der Stallmist der Hoftiere und die Abfälle vom Hof gesammelt wurden. Im Frühjahr und im Herbst wurde der Mist dann auf den Feldern als Dünger verteilt. Für diese Arbeit gab es Pferde als Zugtiere und natürlich die großen starken Ochsen. Die Aussaat war eine wichtige Arbeit, die nur vom Bauern selbst übernommen werden durfte. Es erging mit einer Seeschürze oder einem Korb auf das Feld und verteilte das Saatgut, das von der eigenen Ernte aus dem Vorjahr stammte. Dieses Saatgut war das Herzstück eines jeden Bauernhofes, denn die Ernte und der Ertrag waren Jahr für Jahr von der Qualität des Saatgutes abhängig. Vor dem Aussehen wurde der Ackerboden umgepflügt. Dem Pflug zogen zwei Pferde, der Bauer ging in der Furche hinterher. Dabei hielt er den Pflug in der Spur und lenkte die Pferde. Das war eine besonders harte Arbeit. Nach dem Pflügen wurde der Boden mit einer Ecke bearbeitet und danach die Getreidekörner ausgesät und die Furche wieder mit Erde bedeckt. In den Sommermonaten Juli und August reifte das Korn auf den Feldern heran und konnte geerntet werden. Das war die arbeitsreichste Zeit im Jahr, denn das Getreide wurde damals noch händisch mit Sensen und Sicheln geschnitten. Die zu Gaben gebundenen Halme stellte man zusammen, um sie trocknen zu lassen. Danach lagerte man sie ein und im Winter wurden sie gedroschen. Um die Körner aus den Ähren zu schlagen, verwendete man Dreschpflege. Das wichtigste Futter für die Tiere am Bauernhof bestand im Winter aus Heu. Bei der Heuernte mähte man das Gras auf der Wiese wiederum händisch mit Sensen. Danach musste es trocknen und einige Male gewendet werden. Das Heu wurde dann für die Kühe, Pferde, Schafe und Ziegen als Futter für den Winter eingelagert. Marie hörte dem Pfluftl aufmerksam zu und hatte jetzt eine Ahnung davon, wie anstrengend die Feldarbeit früher einmal gewesen war. Und wie konnten die Leute damals ohne Strom auskommen? Stellte Marie die nächste Frage. Das war ganz einfach. Die Menschen richteten sich nach den Gegebenheiten der damaligen Zeit. Da es früher noch kein elektrisches Licht gab, waren die Leute auf das Tageslicht angewiesen. Sie arbeiteten von Morgengrauen bis zur Dämmerung. Die Länge der Arbeitstage orientierte sich an den Sonnenstunden der jeweiligen Jahreszeit. Am Abend gab es dann Spanlicht, Petroleumlampen und Kerzen als Lichtquellen im Haus. Die Leute saßen bei spärlicher Beleuchtung in der Stube zusammen, spielten Karten, strickten, nähten, unterhielten sich und gingen früh zu Bett. Am Hof gab es einen großen gemauerten Herd, der schon in der Früh mit Holz angeheizt wurde. Hier wurde den ganzen Tag gekocht und das Wasser warm gehalten. Diese Feuerstelle war die wichtigste Wärmequelle am Hof. Alles spielte sich rund um den Hausherd ab. Ohne Strom war auch das Wäschewaschen eine sehr anstrengende Arbeit. Dazu gab es eine Waschrumpel, mit der die Wäsche gewaschen wurde. Zum Schwemmen ging man zu einem Bach, wenn einer in der Nähe war. Andernfalls musste das Schwemmwasser mühevoll vom Brunnen geholt und im Bottiche hineingeleert werden. Das Leben früher war ja ganz schön anstrengend, sagte Marie und dachte daran, wie sie jeden Abend, wenn es in der Wohnung zu finster war, einfach das Licht auftrete und es auf Knopfdruck hell wurde. Und die Mama, die drückte bei der Waschmaschine einfach auf eine Taste und es ging los mit dem Waschgang. Marie, wir müssen jetzt bald wieder zurückfliegen in dein Kinderzimmer. Unsere Zeitreise ist bald zu Ende. Hast du noch eine Frage? Ja, natürlich habe ich noch eine Frage. Was haben die Leute denn früher so gegessen? Das Pfluftl lächelte. Weißt du, Marie, ob ein Bauernhof damals einen guten Ruf bei den Dienstboten hatte, hing stark von der Kost ab, die es dort gab. Deswegen war es besonders wichtig, dass die Speisen reichlich und fett waren und aus den beliebtesten Gerichten der damaligen Zeit bestanden. Denn jeder Hof wollte natürlich einen guten Ruf haben, was das Essen anging. Die Mahlzeiten mussten satt machen, denn die Arbeit am Bauernhof war anstrengend. Montag Knödeltag, Dienstag Knudeltag, Mittwoch Strudeltag, Donnerstag Fleischtag, Freitag Fasttag. Heißt es im Text eines alten Bauernliedes und so sah der Speiseplan auch auf vielen Bauernhöfen aus. Was auf den Tisch kam, war vor allem auch von den Jahreszeiten abhängig. Im Winter standen Erdäpfel, Sauerkraut, Rüben, Bohnen und Äpfel auf dem Programm. Frisches Obst gab es im Sommer mit Kirschen, Zwetschgen und im Herbst folgten Äpfel und Birnen. Zusätzlich sammelten vor allem die Kinder Beeren im Wald. Die Grundnahrungsmittel waren Brot, Mehl, Erdäpfel, Kraut und Milchprodukte. Fleisch stand eher selten am Menüplan. Der Tag endete meist so, wie er am Morgen begonnen hatte, mit dem gemeinsamen Suppenessen. Die Morgensuppe bestand aus einer sauren Suppen mit eingebrockten Brotbrocken, Sauermilch, Mehl, Kümmel und Salz. Marie musste gehen, denn sie war jetzt schon wirklich müde geworden von den vielen Zeitreiseerlebnissen am Stadlerhof. Und so flog sie mit dem Pfluftl schnell wieder nach Hause. Als Marie am nächsten Tag erwachte, da war sie ganz aufgeregt und wusste noch ganz genau, was sie alles erlebt und gesehen hatte am Stadlerhof von Anno dazumal. Schnell schrieb sie alles auf, damit es nicht mehr verloren gehen konnte. Sie dachte an ihre Urgroßmutter, was sie im Alter von 14 Jahren schon alles leisten musste und freute sich, dass sie jetzt ein bisschen mehr Ahnung davon hatte, wie es früher war. Als Marie tags darauf in der Wohnung das Licht auftrete und den Kühlschrank öffnete, da wurde ihr bewusst, welchen Komfort das heutige Leben zu bieten hat. Fernseher, Handy, Autos, Strom, warmes Wasser aus der Leitung, Waschmaschine, Geschirrspüler und, und, und. Heute sind diese Dinge alle selbstverständlich geworden. Aber wenn man so wie Marie einmal eine Zeitreise mit einem Pfluftl gemacht hat, wird man bewusster und kann Annehmlichkeiten wie gute Schuhe oder schöne Kleidung zum Wechseln viel mehr schätzen. Marie wusste nun, wie die Arbeit am Bauernhof früher ausgesehen hatte und dass es die Vorfahren nicht immer leicht hatten. Wenn sie jetzt einen großen Bauernhof sieht, der 500 Jahre alt ist, dann hat sie eine Vorstellung davon, wie die Leute hier früher gelebt hatten. Und wenn sie wieder einmal eine Zeitreise unternehmen will, dann wünscht sie sich einfach das Pfluftl herbei, um heimlich ihre Urgroßmutter am Stadlerhof zu besuchen.